So meine Samutian hier. Ja meine lieben Fans, was macht der Magic Man heute fürs Essen? Ja, ich habe die ganzen Tage jetzt mal so ein bisschen gefastet auch und nur Gemüse gegessen. Heute gibt es eine leckere Zucukpfanne. Na, ja, mit Gemüse. Eine Zucukpfanne mit Gemüse. Na, da könnt ihr natürlich frische Kräuter nehmen, Möhren, Erbsen, Mais und so weiter und so fort. Na, Zwiebeln, Pilzen sind auch dabei und so weiter. Ja, und der Magic Man macht jetzt eine schöne leckere Zucukpfanne. Und ihr werdet es nicht glauben, das wird bombastisch lecker. Ja. So, jetzt haut ihr natürlich die Zucuk auch da mit rein. Zack, zack, zim, salapim. Ne, schön anbraten, umrühren. Oh, das sieht jetzt schon lecker aus, das sieht jetzt schon lecker aus. Oh, das sieht jetzt schon lecker aus. Gleich kommen noch zum guten Schluss noch die Eier da rein. Und dann könnt ihr das servieren zu Nudeln, zu Reis, Gerichten. Ein Traum. Aber, ich würde euch raten, nehmt lieber so ein Tellerchen, ohne Reis, ohne Nudeln. Lieber ein Stück Brot dabei und lasst es euch schmecken. Gleich kommen noch die Eier. Ja, natürlich nicht meine, sondern die auch so kühlschrank, die Eier. So. Ja, tolles Gericht. Ich sag euch, mit Gemüse. Top. Mit Kräutern. Echt erste Sahne. Ich koche gerne, ich backe gerne. Kommt noch ein bisschen Knoblauch rein. Ich mag es gerne. Schön, säftig mit Knoblauch. Gewürze, Lüb, Pfeffer. Bisschen Salz kommt noch da rein. Und, äh, ja, gleich die Eier. Und dann, muah. So, die Eier sind dünn. Hm. Gleich zum Schluss auf den Keller kommt noch ein bisschen Petersilie drauf. Und dann, lecker. Macht das mal nach und sagt mal Bescheid, ob das euch wirklich gemundert hat. No. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Und dann, Vielen Dank.